Ein Blick auf einen Nightcore P20iX, eine taktische Taschenlampe mit einer starken Leistung von bis zu 4000 Räumen. Zwei Schalter im Lampenende, der taktische Hauptschalter und der Modusschalter. Die Lampe ist aufladbar, wir haben ein USB-C Ladebord hier vorne im Lampenkopf. Es gibt zwei verschiedene Betriebsmoden, einen taktischen Modus und auch einen regulären täglichen Modus. Im taktischen Modus haben wir jeweils direkten Zugriff auf den Turbo, auf die volle Leistung, wenn wir die Lampen einschalten. Das heisst, die Helligkeit wird jeweils nicht abgespeichert beim Abstellen. Wir haben immer direkten, vollen Zugriff auf die Maximalleistung auf die 4000 Räume. Wir können es hier zum Beispiel, genau hier ist noch gelöst hinten, da gerade kein Kontakt. Hier ist wichtig, wirklich komplett zu drehen, da haben wir natürlich einen Stromkontakt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Lampen zu sperren. Sobald wir hinten etwas lösen, können wir das natürlich automatisch eine mechanische Sperrung vornehmen. Und dann zum Transport, kann das praktisch sein, damit wir die Lampen nicht versehentlich einschalten. Jetzt, genau, braucht es noch etwas mehr. So, jetzt ist der Fall zudreht. Wir können noch kurz schnell pausieren beim Video. Also, gut, jetzt sind wir hier retour. Hier hinten der Endschalter ist komplett zudreht. Das heisst, wir haben die Lampen in Betrieb, Kontakt zum Akku ist hergestellt. Jetzt, wenn wir starten, geht es automatisch hier im taktischen Modus in die volle Leistung. 4000 Räume, das wird schon bereits sehr, sehr hell. Wir können dann über den Modusschalter jeweils die Helligkeit reduzieren. Und dann geht es gerade durch in die volle Leistung. Wir schauen auch noch kurz schnell die einzelnen Stufen an der Lampen. Jetzt über den Modusschalter direkten Zugriff auf Strobo, wenn die Lampen abgestellt ist im taktischen Modus. Vom Unterschied her im täglichen Modus, dort ist es so, dass die Stufen beim Abstellen gespeichert werden. Da ist natürlich noch ein bisschen Angst vor der Bedienung. Dann können wir auch z.B. in der mittleren Stufe abstellen und dann wieder so aufstarten in der mittleren Stufe. Der aktische Modus ist natürlich direkt, denn dort haben wir wirklich immer die volle Leistung beim Einschaltvorgang. Wir können auch, wenn die Lampen eingestellt ist, den Modusschalter drückt halten, dann geht es direkt in den Modus hinein. Jetzt müssen wir hier abstellen. Der kommt aber dann gleich der Turbo-Modus. Also wir können sagen, über den Hauptschalter ist immer Turbo, immer die 4000 Räume, die eingeschaltet werden. Von dem her sehr sehr simpel. Ich würde sagen, die Lampe ist doch das wirklich taktisch. Einfache Bedeinungen so. Und genau, das ist etwa das zu der Nightcore P20X. Jetzt schnell hier kurz noch einen Blick zu den einzelnen Leistungsdaten. 12200 Candelas. Also es ist ein relativ breiter Spot. Ich würde es empfehlen, eher so für 50 bis 100 Meter Leuchtdistanz. Der Hechtsteller gibt hier schon die 221 Meter an. Es kommt natürlich immer auf alles, was wir beleuchten. Alles war reflektiert. Weisse Hausmauer oder Verkehrsschilder. Dort sieht man automatisch relativ weit. Ich würde sagen, eine gute Distanz, um die Lampe super zu verwenden. Ist um die 50 bis 100 Meter. So nach meiner Einschätzung. Genau. 4000 Lumen. Maximalleistung. 10 Meter Fallresistent. Und 10 Meter Unterwasser. Bei der Nightcore P20X. Und jetzt noch kurz ein Blick auf die einzelnen Helligkeitsstufen. Ich würde das Video pausieren. Und so sieht es aus bei den Helligkeitsstufen. Wir haben die beiden Modi. Taktischen Modus und den täglichen Modus. Im taktischen den Turbo. Stufe High, Medium und den Low Modus. Also 4 Helligkeitsstufen plus Strobo. Im täglichen Modus haben wir zusätzlich noch 2 weitere Stufen, die drin sind. Bei der Nightcore P20X. Dort gibt es dann noch ein bisschen mehr Abstufungen. Plus eben natürlich auch der Strobo Modus. Er geht aber bis auf den 2 Lumen. Ultralow Modus. Beim täglichen Betriebsmodus. Und im taktischen Modus haben wir den Low Modus. Oder die tiefste Stufe. Den auf 50 Lumen. So sieht es aus hier bei der Nightcore P20X. Und was es auch gibt. Hier vorne haben wir den Lampenkopf. Hier haben wir einen Indikator LED. Der jeweils den Ladestang signalisiert. Das sind so die Daten zu der Nightcore P20X. Besten Dank fürs Zuschauen. Weitere Angaben sind im Onlineshop via muelleraltor.ch Besten Dank fürs Zuschauen. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Oder je nachdem auch eure Bestellung.